KICKER TV, der Talk mit Marco Hagemann. Glauben Sie, an die Runde gefragt, dass es Auswirkungen haben könnte, diese ganze Gehaltsspirale, die natürlich immer schneller wird, dass es Auswirkungen haben könnte, China ist der angesprochene Markt für Bundesliga, für Premier League? Nein. Ich glaube, Arjen Robben hat es doch richtig gesagt. Die Spieler, die da hingehen, die haben ihre Karriere beendet. Außer Oscar. Ja, vielleicht er auch. Das Geld war ihm wichtiger. Wie auch immer. Aber da ist ja auch immer noch mal, darf man nicht vergessen, ein, zwei, drei Berater dazwischen. Die forcieren so einen Wechsel natürlich auch. Die Berater leben davon, dass sie ihre Spieler transferieren. Nicht, dass der Spieler zwölf Jahre, 15 Jahre im gleichen Verein spielt. Die leben davon. Und die Spieler, wir kennen da keine Hintergründe. Die haben vielleicht Familien. Wir haben afrikanische Spieler kennengelernt in den Clubs. Die haben Riesenfamilien dahinter. So, die haben auch ihre Beweggründe.